Und warum, äh, sagt Lime gerade, dass er ... Ey, mein eigener Teammate, ne? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Eigentlich will ich jetzt ... Ich will Lime einfach aus Prinzip kicken. Weil der mich verraten hat. Tschüss. Keine Lust. Hey, Leute! Was geht? Kahn? Danja, ich hab dich leider nicht gehört. Kahn hier mit! Danja und ... René, hallo, und ... Claudio. Heute mit einer Neune-Mongas-Runde. Keine Challenge, nichts. Ich bekomme auch keinen Anruf. Danke. Hoffe ich für dich, Kahn. Was ist denn hier los? Wir warten kurz, bis wir 9 oder 10 sind. Ibiza geht nicht raus. Bis wir 9 oder 10 sind. Okay, perfekt. Wie findet ihr meinen Hut? Schön, Claudio, immer noch. Das hast du mich bereits gefragt. Danke, Danja. Direkt erste Runde. Okay, aber ich, ähm ... Okay, wir haben Karten swipen. Ich geh mal direkt hin. Ich warte ein bisschen. So, okay. Das ging schnell. Warum? Was? Stimmt, irgendjemand gewandet. Yellow Vant? Okay. Als ob. Ich glaube ... Ach, als ob so schnell. Als ob so schnell. Warum soll ... Es ist doch keiner gestorben. Warum sollte dann jemand vanten? Kick braun. Blödheit. Jetzt wird's fies. Jetzt ist es ja direkt eine Eskalation. Ja. Ich vote the game. Ja, oder halt braun einfach. Wir können einfach skippen. Warum sollen wir jetzt irgendwen einfach irgendwie raushauen? Ja, okay, skip. Okay, skip. Da gebe ich dir mal ausnahmsweise recht, Danja. Also, es wäre jetzt einfach mega blöd. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass braun es nicht ist. Weil wenn er Imposter wäre, dann wird er jetzt nicht mit so einer Sache so viel riskieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, stimmt, hast du recht. Ich glaube, braun ist es auch nicht. Wenn überhaupt jemand von den beiden ist, ist dann eher gelb, weil der dann einfach sich dumm angestellt hat. Aber ich habe auch geskript. It's not me. Na klar. Ja, braun würde, ich glaube, als Imposter sowas zu riskieren am Anfang, ist schwierig. Ja, direkt am Anfang noch bei zehn Leuten. Vor allem, er weiß ja eigentlich auch, dass das nicht funktioniert. Ja. Habt ihr eure Karte geswiped? Ja. Wobei, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, René. Ja, das siehst du. Ich weiß ja nicht. René, René, René. Ist mal wieder Imposter. Ich glaube schon. Ich glaube, er hat es wieder vergessen. Okay, Kahn macht da wahrscheinlich gerade diese Benzin-Task. Oh, ich raste aus. Was ist denn hier los? Was will der denn jetzt? Wenn er jetzt auch gelb sagt, dann wissen wir die beiden Imposter. Der wird hundertprozentig gelb sagen, weil der gerade ja schon einmal auf gelb gegangen ist. Yellow and white. Yellow and white. René. Ja, ich hab ganz normal die Karte geswiped, aber es war kein Fake. Kahn, bis du es und dann ja. Oh, hier kommt auch jemand. Hi. Ein Zuschauer. Ähm, aber was machen wir denn jetzt? Ich hab jetzt gerade den Chat nicht mitbekommen. Oh mein Gott, hi. Ja, wir können gelb oder... Ja, okay, wenn da wieder Yellow steht, dann würde ich Gelb sagen. Ja. Aber, aber und wenn es nicht Yellow ist, Kahn, dann wissen wir die beiden Imposter. Braun und Orange. Weil, warum drückt man direkt nach zwei Sekunden den... Ja, ja, ich glaub auch. Warum macht man das aber anstatt so Dings, weißt du? Wer ist denn gequittet? Lime, okay. Lime ist gequittet. Ohne Grundschalmer. Ja, okay. Wahrscheinlich einfach so. Ich bin ein Fan von euch. Oh, wie süß. Aber anscheinend kein Fan von Claudio. Kein Fan von Claudio und René. Okay, Gelb. Also Gelb muss es ja eigentlich sein. Wie meinst du das, Tanja? Oh. Gelb, was nicht? Ah, der ist schon gequittet. Das heißt, äh, Detective was? Du bist noch, genau. Ah, sorry. Ach ja, ich werde zur Navigation. Hallo, lass mich das machen. So, Reaktor-Melddown. Claudio, warum rennst du hier hin? Was ist deine Mission, Claudio? Okay, Kahn und René haben das anscheinend gemacht. Ich würde Kahn diese Runde mal ausschließen. Also, dass er es halt nicht ist. Okay, ich muss, glaube ich, was riskieren. Obwohl rot, weiß ich nicht. Und jetzt noch zu O2 und dann wahrscheinlich noch an einem Ort zum Müll entleeren. Okay, ich muss vorsichtig sein. Weil die Taskbar ist momentan auch noch nicht so voll. Das ist ganz gut. Okay, damit habe ich meine Tasks zumindestens fertig. Ich kann jetzt mal ein bisschen rumschauen gehen, ob ich irgendwo jemanden finde. Okay. Okay. Ja, Danja, genau, auf dich habe ich es abgesehen gerade. Das war gerade ein absoluter Self-Report. René, du bist noch muted. Das war gerade ein Self-Report. Also, ich habe Claudio einen Reaktor gefunden. Wir sind nach Electrical, bin ich ja mit Danja hochgelaufen. Ja, und dann bist du mit Claudio zusammen zu Reaktor reingelaufen. Ja, alles klar. Ich war dann kurz bei Security, bin dann direkt danach wieder nach links. Danja kam raus und wen sehe ich da? Natürlich Claudio. Kurz eine andere Frage. Man kann, wenn man Imposter ist, gar keine Tasks machen, richtig? Nee, kann man auch nicht. Also gar keine. Wieso fragst du? Ja, weil Kahn und ich, wir haben doch zusammen Reaktor gemacht, oder? Nein. Doch, klar. René? Ja? Wir haben nur noch einen Imposter. Jetzt machst du mich gerade ein bisschen... Da, wo man die Hand auflegen muss, zu zweit. Ach so, ja, du meinst den Meltdown. Ja, ja, genau. Ja, ja, klar, natürlich. Aber den hättest du doch nicht. Also korrigiert mich, auch Danja. Aber den hätte man noch nicht machen können. Doch, das kannst du machen. Du kannst diese Emergency-Sachen, kannst du machen. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, kannst du. Das weiß ich sehr sicher. Also es kann sein, ich weiß es gerade nicht. Das weiß ich sehr sicher. Danja, trotzdem. René, wenn du jetzt nicht da warst, ne? Ey, René, ohne Mist, ne? Ja, alles klar. Ein Self-Report. Sorry, bei so wenig Leuten würde ich ganz bestimmt kein Self-Report machen. Natürlich würdest du das. Wann, wenn nicht da? Warum? Es sind nur noch vier... Es sind nur noch... Es wären dann nur noch drei Leute zusätzlich. Du Idiot-Sandwiches, hör auf zu lügen. Okay, alles klar. René, entscheid dich einfach. Ist okay, entscheid dich. Hast du... Ah, nee, hast du nicht. Danke, René. Ist nett von dir. René, warum? Ja, weil du ein Poster warst. Ja, aber du wusstest es gar nicht. Warum vertraut mir einfach keiner? Nein, du einfach so schlecht nü. Ich kann dir auch sagen, warum. Nein, 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 nein. Sag mal, sag mal. Du hast mit einer Sache... Hast du dich ganz verdächtig gemacht. Ja. Als ich dich ja eigentlich schützen wollte. Und dann noch widersprochen hast. Das hätte man eigentlich nicht gemacht. Obwohl, das war nicht richtig klug, um ehrlich zu sein. Nein, aber du hast gesagt, wir haben die Task bei Reaktor gemacht. Ja, ja, genau. Aber jetzt, wenn man Crewmate ist... Ja, aber du hast ja... Ich wusste ja nicht, dass es um den Meltdown ging. Den Meltdown hab ich gemacht, den kann man auch als ein Poster machen. Ja, aber das ist ja auch bei Reaktor. Ja, genau, aber ich dachte, du meinst eine normale Task, weil ich ja Claudio grad bei Reaktor entdeckt habe. Ja, aber schau mal. Wenn du Crewmate gewesen wärst, dann wäre die erste Reaktion zu sagen, ja, 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 passt schon so, wir safen uns gegenseitig. Ja, nee, eigentlich nicht, weil ich... Nee, eigentlich wäre das gut von, kann man schon sagen. Ja, aber hat ja funktioniert. Ja, aber ich hab das Gefühl, ihr vertraut mir einfach gar nicht. Egal, was ich sage. Ja, aber Kahn, das Problem war, du, äh, Rot hat auf Danja verfolgt. Du hättest sowieso keine Chance gehabt, leider. Nein, Rot hat auch mich verfolgt. Ah, okay. Nun gut, okay. Gut, bis gleich. Gut, jetzt hab ich noch ne Chance. Also, ganz ehrlich, man kann mir auch mal einfach vertrauen. Ne? So. Danja ist jetzt hier bei der Karte. Okay. Wenn er jetzt sagt, Purple Fake Tast, ne, dann ist das das Blödeste, was ich jemals gehört hab. Das wird ja 100 Pro sagen. Sag jetzt bitte nicht Purple Fake Tast. Warum denn? Ja, weil, das ist, weil ich stande bei Webvince, ich schieße gerade ab und es hat, er dachte, er dachte wahrscheinlich, dass du Fake Tast machen wolltest bei dem Stuhl wahrscheinlich, oder? Okay, er sagt, my bad. Okay, okay, alles klar. Dann können wir skippen. Okay. Okay, skippen. Ne, sind off. Ja, ich hab... Ganz kurz noch für gleich die Runde. Da heißt einer Sian, ne? Also, nicht das gleich ihr... Bitte, bitte drauf. Das ist so lustig, warum ist das Sian? Das ist ne Taktik. Also, falls ihr gleich schreibt, ne, dann sagt bitte Blue. Ja, Karin sagen wir dann. Ja, oder das. Die sind YouTuber. Oh, los jetzt, Lime. Ich hab geskippt. Kani, Kani. Och, Leute, jetzt mach doch. Nein, Bo. So. Okay. Oh, let's go. Ja, man kann halt nicht sagen, das ist... Oder man kann ihn hier ziehen, weil, ja. Okay, er hat uns verraten. Ich überlege, ob ich ihn kicken soll oder nicht. Gelb und Kahn sind nach links, rechts gelaufen. Das heißt... Nein, 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 nein. Nein! So, wer hat jetzt hier am allermeisten was gegen Gelb? Es ist Kahn. Alles klar. Leider, es ist Kahn. Also, Kani, du hast es klug gemacht, aber... Das war so schlecht, ne, ehrlich. Du kennst mich doch. Du weißt doch, wenn ich bei Weapons Download mache und sehe, dass du und Gelb runterlaufen, auch wenn mein Reaktor, äh, der Reaktor losgeht, dass rechts ein Kill passiert ist und das, ja, schade Kahn. Was? Kani, Kani, ist okay, guck mal, ist okay. Ich bleib, ich bleib diesmal ganz ruhig. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ne. Ihr könnt mich gerne rausworten, ist in Ordnung. Es ist Kahn. Es ist Kahn. So, fertig aus. Wenn ihr mich rauswortet, wartet mich raus. Ist in Ordnung. Warum ist es Kahn? Ich bleib diesmal ganz ruhig, ich sage gar nichts. Nein, es ist nicht Kani, da ist es Kahn. Aber kannst du mir trotzdem sagen, warum ist es Kahn? Ja, okay, ich sag's dir. Ich war bei Navigation, meine Aufgabe am Machen mit Gelb. Dann ging der Reaktor an, ne. Ich bin weggegangen, Kani kam entgegen, ne, hat dann Gelb, äh, äh, gelb gesehen. Ich bin weitergegangen, Kani ist nicht Richtung Reaktor gegangen. Und dann komm ich zurück und siehe da, Kani mit Self-Report. Genau, aber nur, Danja dreht jetzt alles um und, äh, anstatt Kani ist es Kahn. Und warum, äh, sagt Lime gerade, dass er, also. Also ich hab nur, ich hab, ich hab Claudio gesehen. So, keiner war da, keiner ist gewandet. So, macht was ihr wollt. Wenn ihr mich wortet, dann wortet. Ist okay. Nee, es ist Kahn, also wirklich. Ja, okay. Außergegen Außerge, wenn es nicht Claudius, es ist Kahn. Ganz einfach. Ihr könnt mich als erstes rausworten, damit, dann kann ich kurz auf Toilette gehen. Danach wortet Kahn raus. Ja, okay, alles klar. Also gar kein Problem. Ich hab kein Problem damit, es ist aber Kahn. Danke. Ich hab für Claudio gewartet. Wer, du bist jetzt Kahn, dann weine ich. Boah. Aha. Perfekt. Ey, mein eigener Teammate, ne? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ja, aber, nein. Eigentlich will ich jetzt, ich will Lime einfach aus Prinzip kicken. Weil der mich verraten hat. Ich werde dem jetzt auch nicht helfen. Nö, ich mach gar nichts. Der hat mich voll verraten. Naja, hab ich keine Lust drauf. Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Pulse. Security sind zwei, Mad Base einer, Electrical ist einer. Mad Base einer weg, Electrical. Auch einer weg. Das heißt, es ist keiner von denen. Ich werd den gleich kicken in der Runde. Wenn das noch geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaub nicht, oder? Electrical steht einer lange. Mal schauen. Ich mach nichts. Mann, das war voll fies von dem. Die anderen haben nicht für mich gevotet, aber weil er es gesagt hat. Ach ja, Reaktor muss ich noch. Ja. Ich, ehrlich. Diese Imposter-Runde ist heute verflucht. Ich hab nur schlechte Teammates. Beim letzten Mal war es super mit Gelb. Da hab ich die, äh, AFK-Runde gewonnen. Ich hoffe, er verliert. Ich bin richtig sauer gerade. Kann ich den nicht rauskicken? Ich würd den voll gerne rauskicken. Werd ich sonst gleich machen. Ich seh halt niemanden. Da kamen gerade René und Sian vorbei. Ich geh, glaub ich, mal... Schwierig. Oh, Daniel hat's erwischt. Ich hab keine Lust auf diese Runde. Der hat mich voll verraten. Votet Lime sofort raus. Er ist es. Nee, dem würd ich nicht trauen. Lime ist es, Mann. Der hat mich doch verraten. Es ist Lime. Ich hab kein... Ich wollt den eigentlich kicken, aber es geht nicht mehr. Deswegen. Daniel? Daniel ist erwischt worden. Ja, Karin ist ja auch erwischt worden. Ich bin erwischt worden. Ich bin... Mach das jetzt. Ich hab keine Lust mehr, mit dem zu spielen. Ehrlich, ich bin richtig sauer gerade. Du bist wie so ein fünfjähriges Kind. Nein, aber... Nein, das... Guck mal. Er, ne, macht es... Er ist mit im Poster und geht auf mich. Er sagt nicht, dass es ich sein soll. Ja, und? Das ist mir auch schon passiert. Ich hab keine Lust. Deshalb musst du doch nicht gleich für alle das Spiel versauen. Doch, 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 doch. Weil... Nein. Er hat auch am Anfang... Stopp, stopp. Hör zu, hör mir mal zu. Am Anfang, im Chat, wenn du geguckt hättest, hat er auch geschrieben, ich und Sian sind im Poster. Ja, na und? Ich hab keine Lust. Aber meint ihr nicht mit Sian, dem Blauen? Nein, er meint mich. Aber, weil wenn es... Mann, nimm den raus, ich hab keine Lust mehr auf den. Ich hab ihn gewartet, René muss... Wartet den raus. Karl, jetzt hör doch mal auf, dich so aufzuregen. Nein, 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 hör auf. Nein. Ich geh davon aus, dass es nicht Leim ist, sondern... Ey, Karl, du bist keine acht Jahre alt. Es ist Leim! Ey, sag mal, willst du nicht jetzt? Ja, ich weiß doch, wer es ist, aber du bist trotzdem keine acht Jahre alt. Rina, hast du das skippt? Beruhig dich mal. Nein. Ey, ihr seid so blöd, ehrlich. Ja. Was gibt's denn die denn? René, ich bleib bei dir, ich hab Angst. Claudio, kannst mal Kahn kuscheln gehen, der ist ganz traurig. Ich komm gleich vorbei und mach dir deinen Stuhl kaputt. Daniel, ich hab schon mein Büro verschlossen. Ich lass ihn bestimmt hier nicht rein, so wie er jetzt drauf ist. So, Claudio läuft mir jetzt die ganze Zeit hinterher, aber ich hab mir nichts vor. Es ist wirklich Leim, René. Ja, es ist Leim. Er ist gewandet von Electrical und so. Ja, hast du das gesehen? Ja, ja. Ja, also, außer, ich mein, dich kann ich sichern, äh, Telekom, also Pink kann ich sichern. Ähm, so viele kommen dann für mich auch nicht mehr in Frage. Nee, nee, es ist Leim. Also, hast du, äh, du warst ja in Cafeteria, hast du Leim von oben links rauskommen sehen? Nee, ich hab den nur ganz am Ende gesehen, wie der nach rechts laufen wollte, aber das ist, also, weil Telekom zum Beispiel ist die ganze Zeit in der Cafeteria gewesen. Das heißt, Telekom kann's allein schon deshalb nicht sein, weil es wäre ja dumm, als Imposter immer nur in der Cafeteria rumzuhängen. Einfach Leim rausfordern, es ist halt, wenn er es nicht ist, dann tut's mir leid, dann bin ich dumm, aber es ist halt jemand, äh, gerade dreimal gewendet im Kreis und dann ist er von oben links rausgekommen, dann, es kann halt nur Leim sein. Schade. Wenn es nicht er ist, dann, aber warum macht denn jemand seine letzte Task nicht fertig? Das verstehe ich auch nicht. Ja, ich war nämlich auch fertig. Oh. Das kommt natürlich überraschend. Hab ich euch doch gesagt, die ganze Zeit. Ach, hat er direkt geschrieben Sian? Wir haben doch für den auch gevotet. Tussi immer so, ich hab mir nicht für den gevotet. Bei dem Emergency Meeting hat er direkt geschrieben, ähm, irgendwie, äh, Set to Imposter, äh, Sian and me. Irgendwie sowas. Aber meint er nicht mit Sian and Blauen? Nein. Ja, aber, nein, er meinte mich damit. Ja, normalerweise meinen immer alle die Farbe. Also, in dem Fall noch Kahn. Ja, dann kick ihn mal jetzt, Kahn. Dann kick ihn mal. Ja, ich kick ihn auch. Wo ist der? Oder ist er noch drin? Ich glaube, der... Nein, er ist sowieso weg. Er ist nicht mehr dran. Ehrlich, ey, das hat mich so aufgeregt. Weil in der Runde, wo du mich erwischst... Wo? Ja, dann ist er raus. Ja, das ist dunkelblau. Keine Lust auf den. Tschüss. Keine Lust. Sorry. Ja, sorry, tut mir leid, aber er macht das Spiel direkt kaputt. Ja, nee, da hast du schon recht. Da stimme ich dir zu. Und auch bei der Sache mit dir, Claudio. Da waren die Leute auf... Guck mal, die hätten für dich gewotet oder für andere, aber die sind alle auf seine Dings gegangen. Aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, der hat ja gar nicht irgendwas gesagt wie, ja, ihr könnt mir ja vertrauen, ich hab den ersten Impostor rausgewotet, ne? Ja, er wollte einfach alleine spielen. Ja, das ist doof. Oh. Okay, ich hab halt nicht auf den Chat geachtet, sonst würde ich auch sagen. Hat er auch geschafft. Ja, achtet mal bitte auf den Chat. Ich hab extra nichts gesagt, aber keiner von euch hat was gesagt. So, ich starte jetzt, ehrlich, das ist mir zu dumm. Aber hier ist nur noch jemand, der Sianer ist, ne? Das heißt? Ja, das ist nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ja, aber normalerweise kann man immer davon ausgehen, dass die Farbe gemeint ist. Ja. Eigentlich schon, ja. Let's go. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich Crewmate. Ey, ich krieg zu viel, ehrlich. Ich krieg echt zu viel. Der macht voll meine Impostorrunde kaputt. Ja, da bin ich wie so ein kleines Kind. Ja, aber das... Ich hoffe, ich hab das gelesen. Ja, aber das fand ich nicht fair. Leute, bitte. Also, ich verstehe, dass das eine Taktik ist, wenn andere draufgehen, aber... Ey, was ist denn? Was ist dann, ja? Warum? Ach, nee, Daniel ist es nicht. Ich bin rot. Ich verstehe es auch nicht. Also, ich hab gesehen, dass ich von rechts aus Weapons gerade rausgekommen ist, weil ich gerade meine Laubblätter... Mann, ich habe gar nichts gesehen. Das Spiel hat gerade erst angefangen. Ja, aber... Warum macht ihr das? Light Blue Fake Task. Oh, Visual Tasks sind aus. Eigentlich muss man die Leute jetzt aus Prinzip deswegen groß woken. Ja, aber das Ding ist, man weiß auch nur, weil die es verdient haben und nicht, weil... Wenn die das so früh am Anfang machen, dann weiß man eigentlich auch, dass sie es nicht sagen können. Nein, nein. Aber auch wenn die Tasks an wären, man braucht dafür 20 Sekunden, die Runde ist erst 10 Sekunden alt. Stimmt, ja. Ja, also... Wie schnell will sie das denn wissen? Ja, vielleicht weiß ich nicht, dass man das ausschalten kann. Das kann ja sein. Los, Pink Skip. Wer hat denn jetzt für mich gewartet? Kalimani! Wer von euch Knollos? Nee, ich wurde auch gewartet. Ich war's, natürlich. Wer sonst? Ehrlich. Ich hab jetzt schon wieder voll die schlechte Lorne. Da bin ich zweimal Imposter. Okay, einmal hab ich mich schlecht, glaub ich, angestellt. Aber in der anderen Runde, ne? Ist einfach voll auf mich draufgegangen. Und wollt ihr die Runde alleine spielen? Finde ich nicht in Ordnung, Leute. Wenn man so als Imposter spielt. Außer, vielleicht macht er auch eine Challenge. Das kann natürlich auch sein. Dann tut's mir leid. Aber dann musst du damit rechnen, dass du gekickt wirst. Sorry. Bitte tu's nicht, Kahn. Bitte tu's nicht, Kahn. Tu's nicht, Kahn. Bitte tu's nicht. Nein, nein, nein. Tu's nicht. Tu's nicht. Und da war mein Kollege. Ich hoffe mal, der hat das Interesse ein bisschen auch. Hast du das gemacht? So, ich würde jetzt mal aus Prinzip bitte einen von euch. Danja, Danja Self-Report. Nein. Einfach jetzt so? Ja, einfach so, weil ich grad Lust drauf habe. Ja, weil du Lust drauf hast, müssen jetzt alle nach deiner Pfeife tanzen, oder was? Ja, ich sage Danja Self-Report. Hast du jetzt was gesehen dann? Ja, ich hab's gesehen. Siehst du's? Ja, aber du meintest doch gerade, dass du nicht gesehen hast. Bei Electrical, ich wollte die Lights machen und dann hat Danja den Stack-Kill gemacht. Danja, äh ... Willst du mich eigentlich ... Danja, Danja, Moment. Bist du reingelaufen, Danja, und hast dann eine Leiche gesehen, oder wie war das? Ich bin reingelaufen, das Licht war aus, vorne bei dem Light-Fix-Ding standen pink und grau. Weil ich hab auch ... Und dann bin ich hintergelaufen und dann lag da gelb. Also Kahn hätte es gewesen sein können und hätte dann gewendet sein können oder es war pink oder blau. Ja, okay. Also jetzt, Kahn, sag mal nochmal, bitte. Willst du mich nicht Kahn glauben? Nein, nein, Danja hat schon ... Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ist okay, ist okay. Glaubt Danja. Glaubt Danja, ist okay. Dann verliert die Runde. Ist mir egal. Macht. Ist okay. Wen sollen wir aber als erstes rauswoten, Danja? Also einer von euch ... Grau oder pink? Merkt euch nur, wenn ich raus bin und nicht der Impostor bin, dann wisst ihr, wer der Impostor ist. Votet mich, votet mich damit ... Doch, votet mich, damit ihr in der nächsten Runde Danja voten könnt. Votet doch mich, dann könnt ihr Danja in der nächsten Runde rausvoten. Kannst du jetzt mal den Schnabel halten? Du bist ja heute maximal anstrengend. René, warum votest du nicht grau? René? Ja. Hat der jetzt mich? Ja, was, René? Du bist Impostor. Nur weil ich nicht den gewartet hab, den du wolltest? Das bleibt doch mal ruhig. Oh, ist das schön. Oh, ist das ein Klassiker? Oh, heute ist die Runde ... Also, ich sag euch ganz ehrlich, die Runde heute ist richtig giftig. Also, ob wir danach noch miteinander reden werden, weiß ich nicht. Oh, die sind richtig giftig heute. René? Yes! Danja ... Ich hasse euch. GG. Oh, komm, letzte Runde. Ja, mit René ... Ich hab ehrlich gesagt, ehrlicherweise nichts gesehen. Aber in dieser Runde hatte ich einfach nur noch Frust von der letzten Runde. Ja, aber da kann ich doch nix dafür. Ja, doch schon. Ich hab mir einen ausgesucht und du warst es einfach in dieser Runde. Und, Claudio, du hast wieder gar keine Ahnung, ne? Ich hab René gesagt, das war René halt im Hintergrund. Ey, wir waren so Freunde ... Ja, als ob du hast gar nichts gesagt. Aber wieder komplett random einfach mich genannt. Nee, du hast dich auch ... Ja, Claudio, hör auf. Dafür gab's dann auch direkt die Quittung. Ja, aber was ist denn das für eine Logik? Nur weil du nicht auf mich hörst, bist du Imposter oder was? Ey, ohne Käse. Also, wenn man Freunde wie euch hat, dann braucht man absolut keine Feinde mehr. Das ist ja fürchterlich. In den Runden davor habt ihr mich einfach jedes Mal mit als erstes gekillt. Und jetzt haut ihr mich schon wieder vollkommen sinnlos raus. Nur weil Khan sagt, dass ich das bin. Ich hab grad nicht für dich gewartet. Ja, du warst aber dafür Imposter. Der hat das mal wunderschön machen können und sagen können, ja, grau, grau, ganz sicher. Nein, du hast es geschehen lassen, René. Nee, du hast es geschehen lassen, dass ich schon wieder rausgeboten werde. Es tut mir leid, dass ich nicht gesagt hab, dass ich Imposter bin. Ich bin schon wieder grummelt. Nein, da stand ja noch einer. Okay. Kann nur René sein, oder? Ja. Du weißt, René ist nicht da. Ja, 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 ich weiß. Was meinst du? Was ist? Ja, ich hab René entdeckt bei Electrical, sag ich. Nee, du hast weiß entdeckt. Nein, ich habe pink entdeckt. Ach, ist pink. Dann ja, nee, du hast nicht weiß entdeckt. Nein, pink ist René. Guck doch mal auf die Farben, Mann. Ja, aber hast du nicht weiß entdeckt? Nein, ist pink. Ich würde tatsächlich, warte, grau rausworten, Kahn. Ich würde grau rausworten, Kahn. Kahn? Ja, ich hör zu. Ich bin mir nicht sicher. Weil grau ist direkt zu Beginn links gelaufen, Richtung Camps. Also Skarity und hat nichts gemacht. Und grau und orange worten direkt. Okay, dann gehen wir auf blau. Wenn es nicht ist, bist du es. Ich hab gesagt grau und nicht blau. Grau. Zu spät. Kahn? Wie spielst du wieder? Ja, sorry. Warum werde ich denn gevotet? Nur weil ich reportet habe? Dann geh du zu grau, ich bleib bei blau. Wenn einer von uns stirbt, wissen wir es. Na klar. Wie spielst du wieder? Beide, nicht schlecht. Das habt ihr nicht bedacht, dass es auch einfach beide sein könnte. Ja, Kahn, grau hätten wir rausworten sollen. Oh, Junge, hast du mich gerade aufgeregt? Ich sag die ganze Zeit René und du so, René ist weiß. Ich so, nein, pink. Ja. Dann guck doch einfach mal auf den Chat. Aber hast du nicht weiß reportet? Nein, ich habe René reportet. Bist du sicher? Okay, eine letzte Runde, bitte jetzt ein bisschen ruhiger. Ja. Ja, Kahn, mach mal ein bisschen ruhiger. Error 4, 4, 0, 4. Das finde ich gut. Okay, letzte Runde. Viel Spaß, Kahn. Wir haben jetzt zwei Videos hintereinander aufgenommen. Zwei Videos Among Us. Wir waren die ganze Zeit auf dem gleichen Server. Und ich war nicht einmal, nicht ein einziges Mal, Imposter. Nein, ich wollte gerade sagen, der wendet. Aber, ja, das hat ja schön lange gewartet. So, Claudius, bitte mich auch mal reporten. Ja, ich. Nein, wieso? Okay, wo? Wieso? Wo denn? Wieso? Wo denn? Ich habe nicht reportet. Loll hat reportet. Ich war jetzt gerade bei Upper Engine und war jetzt auf dem Weg nach unten. Wieso? Hier wüsste ich, was passiert ist. Ja, wüsste ich, Herr Cels. René lag auf dem Scanpult, er war schon weg, also seine Leiche. Ich bin da, ich will noch gucken, ob jemand wendet. Jemand wendet tatsächlich gerade raus und sie reportet, nein. Ich konnte nicht sehen, wer es war. Na gut, dann kann es grau eigentlich nicht sein, ne? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Vielleicht war es gelb, weil gelb ist geliebt. Vielleicht, genau, nee, nee, gelb wurde ja, äh, eliminiert. Braun oder blau könnte einer von ihr gewesen sein. Danja, wo warst du? Ich war, wie gesagt, bei Upper Engine. Und jetzt auf dem Weg nach unten. Okay, kann schließlich 100%ig aus, weil kann, kann es nicht sein. Ich mache so random Votes heute. Jedes Mal, aber ich mache unglaublich viele random Votes. Aber wenn sie sagt Electrical? Weiß ich nicht. Ja, los, wartet. Ja, hab ich. Danja? Also Khan schließt sich aus für diesen Kill. Mann, so ein doofes Timing. Ich hätte es halt gesehen. Ja, jetzt hör auf, dich aufzuregen. Ist ein bisschen sass, ne? Ist ein bisschen sass, nur noch ein Imposter ist da, mein Freund. So, dann gehe ich jetzt mal zu Navigation. Ich mache da die Kabel fertig. Dann den Download. Och, Danja, bitte nicht. Ja. Ach, nee, das ist gar nicht Danja. Komm, Claudio, du wirst mich jetzt entdecken. Du wirst mich jetzt entdecken, los. Nein, Claudio! Geh doch da hin! Das muss jetzt mal wer anders machen, wenn nur jemand da ist, wa? Wenn Claudio jetzt wendet, ne? Er wendet bestimmt. Er wendet. Oder er wartet jetzt extra. Ich glaube, es ist Claudio, glaube ich. Claudio und Pink. Also, ich war jetzt gerade bei Electrical und habe dort meine Download-Task gemacht. Deshalb bin ich auch nicht sofort zu Oxygen-Dings gelaufen, war jetzt aber auf dem Weg zu Admin. War jetzt auch schon gerade bei Admin drin und wollte das da machen. Ich hatte drei Tasks. Und wo warst du davor? Bei Electrical. Ich hatte drei Tasks bei Electrical. Davor, davor, davor. Davor war ich, wie vorhin schon gesagt, bei Upper Engine und war auf dem Weg nach unten. Ich bin von Upper Engine direkt zu Electrical gelaufen und jetzt von Electrical, nachdem ich schon drei Tasks erledigt habe, wollte ich jetzt zu... Wie lange brauchst du denn für drei Tasks von Electrical? Ich hatte die Download-Task. Wo warst du denn? Davor zehn Sekunden. Ja, und dann hatte ich noch zwei... Dann hatte ich noch eine Kabel verbinden und das andere war nur Regler hochschieben. 20 Sekunden maximal. Bist du mich gerade... Ist das dein Ernst? Bist du's? Wo warst du? Wie lange seid ihr noch hier? Äh, nee, ich war... Wo war ich eigentlich? Keine Ahnung, aber wir hatten es auf jeden Fall nicht. Lol, Wattmann, Lol ist doch nach rechts gelaufen. Moment, Moment, Moment. Grau könnte es eigentlich doch sein. Du fragst mich, wo ich war und willst ganz genau wissen und... Moment, Moment, es muss grau sein, weil grau... Es macht Sinn, aber... I was Electrical. Dann lügt einer von euch beiden. Du lügst, Claudio. Hm. Schwierig, diesmal muss ich ehrlich gestehen. Also der Impostor macht das echt gut. Einfach ein Frechdachs. Wir mögen auch einen Ernst und Lobster. Vielen Dank. plan ruined. Dann kannst du kaum, bis dahin ui, wui welwasnend. Und wenn du glaubst, eben,習 FResst. Und dannственно diesen intram750, esst, kann ich nicht tun? Das ist ein Arzt und botan. Also, das ist ein Monday, auf alte Wing. Und dann es später auch mal worn. Und das ist aus demeonsten? Nicht schlecht. Ich wäre halt niemals auf pink gekommen. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder auf... Oh! Ich hätte gerade tatsächlich meine linke Pobacke dafür verwertet, dass es Claudio ist. Ich habe auch keinen von den anderen beiden irgendwie gesehen. Pink war es halt in der Runde davor schon. Ich war es halt in der Runde. Oh, ich weiß nicht, wer da jetzt war. Ja, keine Ahnung. Der sagt zwar, okay, vote me, aber... Ja, eigentlich dumm, eigentlich hätte ich Pink voten müssen. Tja, dann ja. Das war's wohl. Trauriges Ende. Trauriges Ende. Aber hat er echt gut gespielt, ehrlich. Ja, Pink war gut. Ganz kurz. Zwei Sachen. Claudio, warum hast du mich nicht reportet direkt, wo du mich bei Navigation gesehen hast? Ich hab erst mal eine Tanze gemacht. Ja, aber du bist die ganze Zeit vor mir hergelaufen noch. Angst vor dem Self-Report-Verdacht. Nee, ich hab getanzt ein bisschen. Und zweite Frage, kann es sein, dass ihr eine Challenge gemacht habt, du und René? Nein. Welche? Ich dachte erst. Nein, ich dachte, dass ihr eine Challenge gemacht habt. Nein, aber wirklich nicht. Ja, aber welche Challenge? Ja, ich hab René gefragt, wer ist es? Und er sagte zu mir auf einmal grau. Und dann so, äh, falsche Erinnerung. Ich hab das Gefühl, er hat irgendeine Challenge heute gemacht. Ergebnis ist so, morgen mal zockt mit mir. Nee, da war ich einfach farbenblind oder so. Also ich wurde von Dunkelblau erwischt. Ja, ja. Gut, gut. Okay, Leute. Doch, war's. Doch, doch, doch. Leute, das war's. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Gern abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.